Hallo, meine Beni. Bleiben wir an dem Film. Genau. Bünd fertig sein. Das ist der Beni. Beni, der Statman mit der Handbremse. Ja. Ja, ja. Es ist cool gewesen. Machen wir noch. Es ist cool gewesen. Ja, es ist cool gewesen. Ja, wohl. Sie haben gesagt, es ist cool gewesen. Bitte. Wir dürfen mit Fabio Lazzarini filmen. Das war eine super Sache. Unterhaltend, spannend. Und das Wichtigste für uns war, es war sehr authentisch. Sie haben sich immer alle wohlgefühlt. Und das eine hat es eine andere gegeben. Genau so, wie es in den Wirklichkeiten gab. Also jetzt war es eine super Sache. Danke Fabio. Danke. Danke.